Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Den alten Propeller? Wir wollen heil wieder runter. Wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm. Wie weit entfliegt so ein Vogel? Am besten, Sie setzen sich jetzt wieder mal schön auf Ihrem Platz und genießen die... Das ist... Das ist... Eine... Eine... Flugzeugentführung. Wer entführt uns denn? Flugzeugentführung ist kein Spaß. Altersheim auch nicht. Das ist doch lächerlich, oder? Wann haben wir das letzte Mal auf die Unendlichkeit des Ozeans geschaut? Wie das Meer heute sind? Jetzt! Lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre. Genau das machen wir jetzt. Entweder oder. Entweder oder. Sampe! Wenn wir am Meer sind, gibt's frischen Fisch und Muscheln. Ich esse keinen Fisch. Ich esse keinen Fisch. Kurz und klar. Bis zum Horizont, dann links. Das ist ganz klar, Freiheitsberaubung. Kenne ich seit acht Jahren. ... ... Kского Kirs N남� Ik ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020